Hallo, mein Name ist Altmanninger Bernhard. Ich stelle euch nun die neue Apollo Freeride Bindung aus dem Hause Jones vor. Die Apollo Freeride Bindung ist, wie der Name schon sagt, eine etwas härtere Freeride Bindung. Die Apollo Bindung besteht aus einem Flax Basalt asymmetrischen Highback, 5% vorrotiert, besitzt das wohl innovativste Bindungssystem, das Skatech Bindungssystem, sprich die Kraftübertragung läuft einzig und allein über unseren Kingpin und ich habe einen extrem kurzen Weg auf Backside oder Frontside. Das heißt, ich habe weniger Kraftaufwand, weniger Fußvermüdungen, dadurch kann ich länger an Bord stehen. Was ist neu bei der Apollo im Vergleich zum vorhereres Modell? Wir haben einen neuen Hänger, den Hänger 3.0. Der Hänger 3.0, sprich die Grundplatte. Hier sind die Kontaktpunkte zu den Kanten des Boards etwas näher, sprich ich habe eine noch bessere Kraftübertragung. Der Hänger ist leichter als der 2.0 Hänger. Was ist noch neu? Unser Power Spine Ankle Strap bleibt offen, fällt nicht zurück mit unseren neuen asymmetrischen Buckles, ist der Power Spine Ankle Strap ein sehr, sehr bequemer, seitlich etwas weicherer Strap, der aber enormen Halt in der Bindung gibt. Der Ankle Strap ist ein Flipped Strap, sprich ich kann den Strap mit meiner anderen Bindung switchen und kann dadurch die Eigenschaften, die Fahreigenschaften der Bindung auf meinem persönlichen Stil noch etwas abändern. Das heißt, ich kann den Flipped Strap auf Freeride oder auf Surf Mode stellen, brauche nur mehr zusätzlich zum Wechseln, zum Tauschen der Straps neue Pushings, die selbstverständlich im Lieferumfang mit enthalten sind. Das sind die weißen Soft Pushings. Das heißt, ich habe hier wirklich individuell die Möglichkeit, die Bindung auf meine Verhältnisse einzustellen. Auch im Lieferumfang mit dabei selbstverständlich die Disc. Die Disc ist hier eine Multi-Disc, sprich ich habe die Möglichkeit, auf klassisch 4x4 oder auch auf das ESD Channel System meine Bindung zu montieren. Das Bestreben bei Jones neue Produkte zu entwickeln, die Freiheit und Kreativität am Berg ermöglichen, ist ungebrochen. Wenn auch du Teil dieser Kreativität sein willst und auf nachhaltig produzierte Produkte Wert legst, ist die Apollo aus dem Hause Jones genau die richtige Bindung für dich. Das ist die